Hallo liebe Braunschweiger, hier ist Gareit Zeeb und ich bin Aufbauspieler. Nach einer langen Sommerpause und jetzigen schwierigen Zeiten sind wir sehr froh, unserer Leidenschaft wieder nachgehen zu können. Hoffentlich haben wir euch dabei lautstark im Rücken, ob vor dem Fernseher oder in der Halle, so oder so, wir freuen uns sehr auf euch.